Pyramiden, Dolmen, Tempelkomplexe, Steinkreise, Hinkelsteine. Einige von ihnen sind zehntausende Jahre alt. Diese megalithischen Bauwerke verblüffen durch ihre Größe und die Perfektion ihrer Konstruktionen. Der Ort, an dem sie sich befinden, ihre Form. Die Bilder darauf wurden auf der Grundlage von Kenntnissen der Astronomie, Geografie und höheren Mathematik erstellt. Technologien für die Herstellung dieser Bauten wurden von der modernen Menschheit noch nicht entwickelt. Wer hat sie gebaut und wofür? Warum war der Bau dieser Konstruktion für frühere Zivilisationen so wichtig? Wie Antworten auf diese Fragen uns helfen können, eine Phase aktiver Klimakatastrophen zu überstehen, erfahren sie am 13. April im Faktenkaleidoskop. Geheimnisse der alten Zivilisationen, Megalithen und Artefakte. Es ist an der Zeit, den Menschen die Wahrheit zurückzubringen. Initiiert von Teilnehmern aus Libanon, Türkei und Lateinamerika.